auch nach minuten lang überlegen und es uns wirklich überhaupt keine anmoderation eingefallen deswegen einfach haben wir jetzt nur 20 sekunden drüber nachgedacht aber ja willkommen zurück zu weeparty wir spielen das minispiel turnier und dometo hat auch nichts richtiges anmodi genommen deswegen fast schon wir dachten uns einen moment lang wir könnten hier einen auf mir fällt jetzt kein kopierer ein aber wollten seine anmoderation einfach klauen und hast du leider keine abgesehen von ja willkommen zurück beim weeparty wie heißt die denn ursula unsere schule besiegt uns nein das ist ganz einfach wer zuerst fünf minuten spiele gewinnt hat insgesamt gewonnen die computer habe ich auf schwer gestellt damit es überhaupt eine konkurrenz gibt bisschen schwierig wird vielleicht geht so und dann geht es los mit park paparazzi haben wir jetzt schon zweimal gesehen ich glaube schon ja ich habe keinen morgen auf diese dreckige promenadenmischung macht man das noch mal seitlich und dann mit zwei abfotografieren wir müssen mit zehn versuchen den drecks köter möglichst oft dumme bastard komm her abknipsen ich würde gerne abknallen aber das so nebenbei ja nein ich hasse dieses hässliche drecks wie so sehr du dummer ruhen sohn fünf vier vor allem ich habe ihn einmal gerade verfehlt das ist relativ ärgerlich zwei nein okay ich habe neun mal ich habe ihn neun mal bin ich mir relativ sicher mal gucken drei vier fünf ja da habe ich ihn verpasst sechs sieben acht tja fuck ja ich gehe mal arg darauf ihn direkt abzuknipsen sobald rot ist weil man hat eben zehn fotos in drei sekunden sonst kriegt man überhaupt nicht weg lieber ein foto zu viel machen was nicht drauf ist als am ende zwei umgebraucht lassen jetzt mal okay danke nein kein weltraum kein weltraum rennen bitte das weltraum super mit ansage sogar ich kann es nicht halte die befreundseitig und drücke rasch zwei um vorwärts zu fliegen ich kann es nicht funktioniert nicht das wolltest du glaube ich sagen ich glaube ich gebe direkt auf oder also ich habe inzwischen kapiert wie es funktioniert aber start warum bin ich jetzt hinten es ist wirklich scheiße ich verstehe es gerade nicht mache ich denn falsch gar nicht das mini spiel funktioniert nicht ich glaube das langsam auch ich verstehe es nicht ich mache absolut nichts falsch momentan ich bin trotzdem komplett hinten abgeschlagen komplett hinten ha 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 okay ich habe gewonnen lächerlich ich hab wirklich kapiert mal langsam einfach die ganze zeit zwei so krampfhaft spämen und dann immer die richtige richtung zeigen gut wie es aussieht dauert das mini spielte mir jetzt gar nicht so lange wie erwartet nö kriegen beiden unter zehn minuten durch nein scheiße keine werbung irgendwie auf zehn minuten strecken ja küchenmeister küchenmeister komm nur die drecks mini spiele da habe ich vielleicht sogar eine kleine chance einfach nur abschweben lassen es geht nicht es funktioniert nicht funktioniert schon wenn mir nicht ein fetter stein in der fresse spawnen würde ja wie hier ich habe keine chance gehabt durchzukommen ja komm was ist das denn lol so mitzlos nichts gekonnt und dann trotzdem vom spiel ich habe fast gar nichts gesteuert ich bin einfach zwischen zwei astroiden gekommen die mich runter gedrückt haben ja moin okay das geht jetzt relativ schnell super mini spiel wirklich ja komm skispringen jawohl das kann ich das kann ich besser im letzten moment nach oben also spät wie es geht aber nicht zu spät dann hast du verloren ich konnte es mal sehr gut ich habe das mal arg viel gesuchtet immer am nachmittag traurig kein leben zehn zwanzig mal hintereinander geht für viele mini spiele ich mochte meine mutter zieht mich in küchenmeister immer ab ich hab perfekt gedrückt ja du bist besser als ich merkst du selber ne neuer rekord tut weh ne nö nicht wirklich weil meine richtigen rekorde sind ja auf der wii nicht auf der wiu ja deswegen ist mir das so scheißegal perfekt 3 1 runde 5 kann immer noch aufholen nein nicht lillian발 schrug, bitte nicht das lillian springen nou gut da gewinne ich wenigstens weil zirk sich beim letztenmal selber scheiße angestellt hat ich bin auch scheiße in dem mini spiel ist halt echt zum ja ich konnte es mal Lächerlich hey wieso geht das über die felder da fuck lol betrug Äh, ja klar. Voll Idiots. Danke, Serbik. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Ich steh direkt vor dem Ding. Ey. Du bist so lächerlich, Serbik. Nee, nee, ich geh nur darauf, dass du nix an Punkten kriegst. Nein, du Spaß! Nein! Als ob! So verdient einfach. Boah, ich hatte überhaupt keine Chance in dem Minispiel, deswegen hab ich gehofft, dich auszunocken und dass ein Computer gewinnt. Geiles Minispiel, gefällt mir. Fuck, ich kann die Steuerung immer noch nicht, mit analog stick willst du wahrscheinlich nicht klar gehen. Hm, so gut sieht's gar nicht mehr für dich aus, ne? Naja, geht so. Innere Uhr, komm, das kann ich. Ah, schade. Torstuhst, ich glaub, da kommt's auf ein Unentschieden. Also, wenn ich mich nicht dumm anstelle, zumindest. Und ich mich auch nicht dumm anstelle. Beim letzten Mal hatte ich ein paar Probleme in die großen Welle eins. Okay, ich versteck den großen, die sind einfacher. Einfach immer im richtigen Moment den Fuß rausziehen. Ja. Wenn selbst die schweren CPUs hier zusammen versagen. Traurig. Das Minispiel ist halt echt einfach eigentlich. An sich schon. Komm, gib mir auch noch mal einen großen, schade. Ja, auf der Ruhr verkackt man hier eigentlich weniger. Ja, mit dem 5-5, ne? Komm. Ja. Perfekt. Ist aber sehr häufig in dem Minispiel, das muss ich wirklich kritisieren. Man müsste es machen, dass man bei einem Fehler rausfliegt und das Ganze immer schneller wird. Ja. Das würde mehr Sinn machen, weil... Oder es vielleicht auch verschiedene Bälle gibt. Also, beispielsweise welche, die von unten kommen, die eher an einem hohen Bogen kommen. Und man das dann mehr timen müsste. Ja. Also, das ist natürlich relativ einfach. Wir kriegen beide einen Punkt dafür. Lächerlich. Cedric fehlt nur noch einen Punkt zum Sieg. Und hier kommt das nächste Minispiel. Nicht Perlen. Nein, das nächste Weltall. Bitte nicht. Geil. Das hat voll was mit Skill zu tun. Glücksspiel, bei dem das gewinnst du. Das ist natürlich sehr verdient, ne? Es ist so lächerlich, dieses Spiel. Man kann nur mit dem Steuerkotz auswählen, wo man langfährt. Es ist wirklich absolut... Ich recke mal meinen Kopf und versuche irgendwas in der Distanz zu sehen. Lächerlich, wie du versuchst, auf dem Unentschieden zu spielen. Wie auch keiner fliegt. Ah! Bitte versuch, Junge. Ja, nee, ist klar. Ich kann solche Glücksspiele nicht. Was soll man die eigentlich können? So, fängt schon mal super an. Das Minispiel ist so ein Kackgut, das wir es erst jetzt sehen. Komm, flieg raus. Ja! Natürlich muss das passieren. Das Minispiel ist doch scheiße. Geiles Minispiel. Grüße gehen raus an Nintendo. Ja. Anstatt, dass wenn man sieht, er es entscheidet, ne? So als Mii-Charakter-Logik. Nee, macht absolut keinen Sinn. Anstatt, dass man das zu einem Reaktionsspiel macht, wo man möglichst schnell reagieren muss, um dann die meisten Punkte zu kassieren. Oh, das kommt. In der Ruhe, in der Ruhe. Ah, schade. Puzzle-Gewussel, ich glaube, da könntest du auch gewinnen. Ja, allerdings, ich habe da beim letzten Mal komplett verkackt. Ich hatte irgendwie so, auf einmal ging nichts mehr. Geil. Ja, wahrscheinlich in einem Part, den ich mir nicht angeguckt habe. Also so ziemlich jede Art. Nee, nee, in einem Part, der nicht gekommen ist bisher. Nicht gekommen. Na. Hallo? Bin ich einfach nur dumm, oder habe mich meine Eltern nicht lieb? Könnte bald es sein dumm, 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 dumm. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem, oder? Hallo? Äh, lächerlich, ich habe so eine Hand gehabt schon. Einfach nur Dummheit und meine Eltern haben mich trotzdem nicht lieb. Hallo, oh, wie der ist da verwirbeln gerade, dass ich da nicht rankomme. Und der gewinnt trotzdem, weil das Spiel langweilig ist. Gut, zehn Minuten, perfekt. Nee, nee, zehn, guck, der Timer läuft noch und jetzt kommt erst noch die Siegerehrung, das passt. Ja, ich denke schon. Das Turnier ist entschieden, der Sieg gehört. Zeh, herzlichen Glückwunsch, huu. Drei zu fünf zu eins zu lappen. Schwere Computer sind echt nicht so schwer. Nee, eigentlich nicht so. Vor allem, wie alle applaudieren, anstatt sich zu blamen. Anstatt einfach den Turm umzuschmeißen, damit Cedric sich sein Genick bricht am Akkrium. Jo. Ersten 3. Ja. Ich halte das hier immer noch für ungerechtfertigt. Der hätte ich gerne gewonnen. Das würde nichts machen, dann hättest du 4 zu 5 verloren. Nö, dann hätte ich gewonnen. Das Minispiel ist nämlich 2 Punkte wert. Echt? Ja. Und ich würde mal fast sagen, weil wir noch einen Moment Zeit haben, Zimmerspiele, Zeitbombe, dann würden wir es einfach einmal zeigen. Gut. Wobei dieses Minispiel nicht funktioniert, das muss ich dazu sagen. Das wird jetzt vielleicht 2 Minuten dauern. Was? So lange? Ja, ich glaube schon. Nee, ich denke mal nicht. Wir müssen einfach nur abwechselnd einen gewissen Knopf festhalten und die Bombe dann, also die V-Farmierung, so ruhig wie möglich an den Nachbarn weitergeben. Vom Prinzip klingt das simpel, aber es funktioniert einfach nicht. Das Problem ist, wenn man das Steuerkreuz gedrückt hält, reagiert es nach einer Zeit einfach nicht mehr und es zählt als losgelassen, obwohl man es nie loslässt. Es wird beim Steuerkreuz passieren, das sage ich. So, am Anfang hat man noch alle Möglichkeiten, so. Jetzt muss ich das vorsichtig weitergeben. Festgedrückt halten. Kannst du loslassen. Ich habe Angst. Okay, wir sind drauf. Wir haben was. Ich kriege immer nur 2. Huh. Halt die Fresse, Alter. Okay. Du mich auch spielen. Deine Mutter ist 1 Knopf. Und dann lässt du auf einmal random 1 los. Jawoll. Gut. Ähm. Was ist passiert? Warum lässt du auf einmal los, Tadric? Sagst du. Tja. West in Peace, Jordan. West in Peace. Ich hätte eine Idee, wie man schummeln kann. Man hält die Wii-Farmierung einfach alleine fest. Das geht nicht. Der Steuerkreuz funktioniert in einer Zeit einfach nicht mehr. Geil. Naja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem etwas günsterem Part Wii Party. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin. Und tschau. Tschö. Jey. Zwölf Minuten. Zwölf Minuten. Tschö. Tschö. schö. Untertitelung des ZDF, 2020